Jo, heil Leute, herzlich willkommen zu einem Auf-Zur-Vio. Hier war ein Thyssen-Grupp, eben so, hier in meiner Nähe. Hier in Cloud nur sieben Hotels. Und der Auf-Zug ist... Und hier war ja früher mal eine Begei oder irgendwas. Hier war früher eine Begei. Hier war früher ein Begei oder sowas. Hier war früher was anderes oder sowas. Hier ist frisch Luft. Und da hat zwüßel kein Alarm. Das weiß ich ja. Da hat kein Alarm. Nein, ich liebe nicht. Ich liebe nicht einfach so aufmachen. Das kann so sein. Das kann sein, dass dahinter dieses Mittelteil, das man nicht sehen kann. Das kann sein. Wenn man das Kontakt ablöst, also Kontakt wettmacht, dann kommt das Alarm dann. Das wäre echt echt scheiße. Da bekomme ich wahrscheinlich Ärger. Dann fragen die mich dann, was ich hier mache. Und ich kann nichts antworten. Deswegen dann scheiße nehmen. Mach ich lieber nicht. Ich kann leider keine Doppelverfahren machen. Auch wenn die Karte ist. Hallo. Fünftes Obergeschoss. Ich muss mir aufzuhören sagen. Fünftes Obergeschoss. Hier noch hinten. Das Hotel ist geil. Bei Cloud 07 heißt das Hotel hier. Das ist wie ein Jugendgebär oder sowas. Da sowieso kein Alarm, das weiß ich. Das war ein Motorrad. Hat das nicht. Hier kann man eigentlich auch hochlaufen. Ein Altes. Hat mich hier auch so alt như das Wort gemacht. Hier ist das Maschinenraum. 2 2 Das ist kein Maschinenraum, das ist der Aufzugschacht, das, warte ich mal kurz, das ist der Aufzugschacht, dieses Block, da geht es zum Dachboden, also zum Dachhaus, wie ihr es da seht, da geht es zum Dachhaus. So, jetzt haben wir den Aufzugschacht mit den düsten Gruppeln, eben so, jetzt gehen wir zum Dachboden. So. Das ist wirklich ein Geschenk. Aber die Adresse stimmt nicht. Die Adresse stimmt nicht. Die ist nicht aus der Straße. Ich will euch die Adresse nicht sagen. Aber weil ich noch nicht hier wohne, deswegen will ich euch nicht sagen, woher das ist. Sonst, ich denke wahrscheinlich, dass ihr noch nicht hier wohnt. Ich habe jetzt zwei Wohnungen hier, eine in München, eine in Stuttgart. Ich will euch die Adresse nicht sagen, einfach nicht. Weil er ganz in der Nähe von mir ist. Entscheiden. Warte kurz, ich muss mal Entscheiden aufnehmen, warte kurz Leute. Ist gleich, Nadine, jetzt kommt der Aufzug. Jetzt, ich werde mal Entscheiden. Jetzt geht einfach mit dem dritten Stock an. Oh mein Gott, ey. Warum willst du jetzt drauf und schnell hin, hin und her fahren? Warum muss es jetzt sein? Das kann nicht später sein, oder was? Mann. Vorher war es früher, aber jetzt musst du auf und schnell hin und her fahren. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, da ist jetzt niemand drin. Ich will euch euch die Kabine zeigen. Gut. So muss es sein. Warte mal. Komm. 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 Warte, soll ich meine Schlüsse dafür gewünscht haben, ich müsste zwei fahren. Amandiger E. Hör auch mal, die Tür. Ja, falsche Schlüsse war das. Warte, passt nicht rein. Bitte, Türe freigeben. Warte, bitte einmal. Also, es geht nicht. Kann man nicht in die Zoll fahren. Aber noch mal eine Reise, kann man eigentlich mit Vorrufsfahrt unterfahren. Aber es geht nicht. Abgetestet geht ja nicht. Ich weiß, was mich frau, wo ich in die Türste habe, das habe ich mir von einem Erlaubnis bekommen. Von der Firma ThyssenKrupp. Das ist das Ziel hier. Ja, das ist das Ziel. Ich habe mich in die Zolle니... Ich habe schon eine Zolle니. Geht hier gut. Ich habe erstmal in der Mitte. Das ist das Ziel. Wie hat es, wie das in die Tür ist? Da ist es im Grillen of Leibers. Das ist hecht. Untertitelung des ZDF, 2020